die machen nix Prozent Prozent wenn ich mich draußen sind stellen dass er sie machen wollen die Wörmler sofort mit der Zeit sperrt eine Ruhe und das lieben das lieben das lieben das ist deutlich wenn sie abschlachten scheiß ich kann sie abschlachten die Klinik ja ja bis zum Fall wenn du bist wenigstens süß das ist nicht mehr niesen der Händler freut sich warum okay jetzt reicht's mir Schnapphorn hier Leute die Ergermilch Bats ihr müsst jetzt alle sterben weil mich diese Dreckskinder genervt haben versteht ihr? ihr müsst sterben oh die Baller scheiße war das knapp also was ich gerade mache ist verteidigen, wegschicken, mich verteidigen, die wieder wegscheuchen weiter auf dem Boden und du? pinst doch mal wieder auf dem Weg hier okay dank diesem Move habe ich gerade einen Schuss ausgehalten alter ey komm das war jetzt zwei gleichzeitig oh der will ballern, der will ballern, der will ballern oh lass mich doch mal jetzt in Ruhe okay er ballert nicht so jetzt habe ich es ja jetzt habe ich es geschafft hier es fehlt so ein bisschen Blut finde ich so direkt drauf jetzt schnell zuvor jetzt das ist bei ihm das rote Dreieck und er greift mich einfach was was für ein unlogischer ja direkt weg hier so so das ist jetzt gut gut okay der Move war ja ziemlich lame ah entschuldigung durch da durch da durch da durch da durch da ich bin der Mörder lass mich durch ich bin der Mörder ich habe Angst ich habe drei Leute umgebracht äh was da uh Pferde nein Hilfe äh ich habe Angst okay gut äh jetzt wollen wir mal so ein komischen oh wo muss ich überhaupt hin da da muss ich hin bei Schnellreisen zu diesem Ort reisen nee jetzt bräuchte ich nur noch ein dreckiges Pferd ah da ist ein Seher nehmen wir doch einfach mal direkt von hier na super zweimal das dumme Pferd was ich nicht entscheiden kann von der Farbe her ja bist halt immer scheiße hässlich kann ich auch nix für jetzt machen die hier verflucht denn bei denen sind Hopfen und Malz verloren nee ich trinke kein Bier danke batz zwei auf einen streich so haben wir irgendeinen Turm in der Nähe nee haben wir nicht die hätten da hinten einen Turm Turm nein komm nein wir warten auf die Abstimmung ihr entscheidet das wollen wir mal schauen wie war diese Marktschreie jedes Mal mal die nachher hier ist eine Siedlung Moment Grafikfehler was ziehe ich jetzt dann ist weg ok jetzt geh ich zurück das ist Krügelbier da da haben sie geschlammt haben wir sie da Eieieieiei Leute das muss doch nicht sein oder was das muss nicht sein nein 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 das muss nicht nein das ist nicht nötig diese Dreckskinder alter was hat das was hat das was machen die denn da ja stehen wir auch alle in den Wege rum gestikuliert da muss irgendwas wichtiges an da zu sagen sein dem fehlt nur auch ein Megafon aber ganz ehrlich Leute na du pinkelst du nicht grad gegen den Baum oder so da fährt nein das war auch falsch da wäre es mal dick aufbauen so lass es sein jetzt die Bäume und andere Leute pinkeln geht mal gar nicht klar hier was ich grad sagen wollte äh was wollte ich grad sagen genau ich wusste dass wir wegen irgendeiner Scheiße wieder hier hin reiten müssen müssen das war mir so bewusst hier naja gut jetzt haben wir wenigstens den Schatz schon mal gehabt vorher da Schafe schön ne doch selber was ist los ich brauche ihn was ist da jetzt hier oh Alter gut bewacht hier so und jetzt oh will ich nach Grenzland reisen Jaha Wollen wir mhm ach so erstmal zur Seite stellen äh da ein bisschen ne ich hab grad was trunken naja schön aber doch gefällt mir lass auf einem Pferd sprinten drücken sie dann galoppieren auf armes Pferd zum Sporn zu gehen ok aaaah also können wir das außerhalb erstmal dann können wir uns die Sporen gehen schön gut das geht auch mal ein bisschen von schneller schneller vonstatten da kommen die ersten Patrouillen entgegen da sind keine Grenzstadt oh mein Gott kann ich sonst kurz nein boah betreten des Jagdreviers Lexington warte warte mein Pferd ist weiß warum habe ich ein weißes Pferd er doch irgendwann ein braunes ok ok anscheinend hat sich diese zwei einen äh 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 fahrer mal entschieden wieso habe ich jetzt ein weißes Pferd egal so wo muss ich denn jetzt also wie weit anscheinend ist das kein was ist das denn hier ein Haus da haben wir wahrscheinlich eine Schule hier vor uns aber ist das jetzt so ein so ein so ein so ein Bauerndörfchen oder was machst du da ok dann scheint die Scheiße von den Fernen wegräumen Hünchen und nach das Hühnchener aus das sind wach und wach und nahmen Fallengespüren sind er hat wenn sie sie bemerken ok kann ich eigentlich jetzt Kann ich mit dir interagieren? Nee, kann ich nicht. Können sie so... Ja, können sie so überspringen. Okay, gut. Schatz, Bäume. Hopp. Ah, da ist er ja. Und hat auch ein komplett weises Pferd. Na, super. So, dann. Ist es kalt, wa? Ja, anscheinend. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von dir. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Da, da. So, wo ist mein Pferd? Egal, nehmen wir das hier. Mit den Pferden sind wir schneller. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Ey. Redock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich warte um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Fittkans. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tuti verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr lang. Nicht eure Schuld. Naja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal eine Weile ohne ihn auskommen müssen. Ah, ist echt schön hier gemacht, auf jeden Fall. So ein bisschen weitläufiger ist es jetzt schon. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Na, super. Jetzt reißen die Pferde auch raus. Oh, ein Baum. Okay, nach oben. Ganz klare Angelegenheit, was wir jetzt machen müssen, Leute. Wir müssen klettern. Na, jetzt kann ich gucken, wie er hochkommt. Und direkt erst mal verstecken. Schön einfach nur. Die Hintergrundmelodie. Machen wir einfach nur. So eine schöne Aussicht. Dann gehe ich hier hoch. Das sag ich, ich kann hier hoch. Hopp. Und. Okay. So. Jetzt waren wir eben gerade oben. Aber. Hab ich's nicht gesehen. Na, Baum? Ähm. Ja, also. Fett. Moment mal. So. Wir gucken mal einfach mal ein bisschen mittig davon, würde ich sagen. Also sind wir. Und mittig ist jetzt ungefähr da. Ungefähr da. Ist. Berg runtergehend. Das ist ja sehr so. Das ist aber oben. Die Tante ist oben. Also bringt uns dieses mit dich. Mal herzlich wenig. Also löschen wir das direkt mal wieder. Ja, gut. Vielleicht. Keine Ahnung. Hallo. Weißt du vielleicht Bescheid? Ne. Jetzt ist auch diesen Berg da hochgedüllen. Wir gehen mal in die. Oh. Bleib mich doch. Mordet ihr. Oh, verdammt. Warte. Komm zurück. Geh zurück zu Braddock, Charles. Bevor er Verdacht schafft. Ich komme hier allein zurecht. Kein Aber. Geht. Lauf nicht weg. Ich muss mit dir reden. Ich will nur spielen. Ja, kein Problem. Bin ich dein Feind? Ja. Bitte hör mir doch zu. Entfernen. Ja, ich will gerne gehen mal hochklettern, aber... Oh mein Gott, weig. So lass mich doch sprechen. Ich wüsste nicht, wie ich auf dem Baum hochkomme. Genug von diesen Spielchen. Komm ich hier hoch? Nein. Komm ich hoch? Nein. Ich muss dringend mit dir sprechen. Ich bitte nur um ein wenig Zeit. Ich bitte nur um ein wenig Zeit. Ich bitte nur um ein wenig Zeit. So, wir gehen auch mal einfach mal hier. Hier sind lange geht es ein bisschen schneller verstatten. Sprung. Oh oh. Oh oh. Nein, Quick-Events. Ach. Kein Spiel ohne Quick-Events. B. A. Ich will gucken, ob ich die auch erschießen kann. Einfach so. Ah, scheiße. B. A. Ah. Oh, direkt auf das Holz drauf. Ist ja geil. Einfach, weil ich es kann. So. Die haben wir geplättet. Der ist der Nächste. Bleib stehen, du Dreckswolf. Oh, warte mal. Äh. Ist die? Wo ist die denn? Hallo? Oh. B. Ah. Hab sie. Hab sie. Hab sie. Aber wo ist das? Keine Ecke. Scheiße. Das war jetzt gar nicht geplant. Du kannst dir ja echt einfach mit einer scheiß Pistole mal abballern. Ist ja auch schön. So, ich muss immer noch das Drecksgör finden. Wo ist die denn? Da. Da ist er. So, komm ich irgendwie wieder hoch. Hallo. Du kostest mich Nerven, Weib. Scheint so, als wenn er, also ich, also diese Person sauber werden. Nein, Wolf, lass mich in Ruhe. Wer so ist so tun? Komm her hoch jetzt. So. Hopp. Hopp. Ich hab sie einfach da festzuhalten. Nein. So, da sprich ich jetzt voll drauf, ey. Von hier oben sprich ich auch hier drauf. Cool, das klappt sogar. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen. Fürs Erste. Ich bin Gadzidio. Ist mir eine Ehre. Gadzidio. Gadzio. Gadzio. Nenn mich einfach Zio. 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 Geh doch. Dann sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Oh. Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Oh. Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Oh. Ein Date. Aha. Ich frag mich echt, ob sie die Mutter ist. Oh. Wir sind ja schon da. Oh. Oh. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Brattle. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihn. Dann schlage ich vor, das zu behenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Brattle. Doch erst müssen wir. Der hat solche krassen... Oh, scheiße. Mein Mikrofon hat die ganze Zeit Stoff obendrauf. Merke ich jetzt erst. Der Typ, der hat so krasse Ideen. Ideen. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Und doch bleib ich. Ah, schön. So, ich möchte jetzt mal gerade in der... In der... Ich will jetzt mal gerade... Animus verlassen. Das heißt, wir könnten, wenn wir Animus verlassen, könnten wir ein Death mit Miles spielen? Oder verlassen wir einfach nur das Spiel dann? Ich denke, das wirst du nicht.